Ultima 7 Teil 2 Nun gut, da ist er doch Dann lass uns auch erstmal mit Mit dem Mann hier reden Wer bist du? Ah ja, Ducio Dachte ich mir, den haben wir ja auch noch nicht begegnet Schauen wir mal, was der zu sagen hat Okay Ja, vielleicht Ich wüsste zwar im Moment nicht was, aber Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da was Im Inventar haben Gerade vielleicht diese Apparatur, die wir von hier haben Aber ja, wie dem auch sei Auf jeden Fall ist es gut zu wissen Das ist gut, da ist es gut okay das war also er was sonst noch sonst haben eigentlich niemand mehr hier anscheinend doch da liegt doch jemand im bett das ist kein kein ist also hier nun gut dann lasst uns jetzt tatsächlich mal mit petra reden so was haben wir denn da alles warmheit das haben wir sonst noch eigentlich nur noch den blue in sonst habe ich nichts mehr neues so 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 Amen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja, und das übliche Sache, zwischen diesen Automaten oder Androiden quasi wegen Seele und Nichtseele und Rechte und Nichtrechte. Ja, die kennen wir ja noch so gut. Äh, sonst haben wir eigentlich nicht wirklich was Neues. Dann lasst uns mal mit Rocco reden. Also ich nehme mal an, dass das Rocco ist. Yep, es ist er auch. Ja, ich nehme mal an, dass das Rocco ist. Ja, ich nehme mal an, dass das Rocco ist. Ja, ich nehme mal an, dass das Rocco ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, dann kommen wir wahrscheinlich zu Mitternacht nochmal hierher und schauen uns das ganze Dings hier an. Na gut. Apropos Mitternacht, wie spät ist es denn eigentlich? Ja, okay. Das heißt, es ist schon langsam. Ja, dunkel. Zwei Stunden bis Mitternacht. Kein Wunder, hat da Kane schon im Bett gelegen und geschlafen? Ja, dann kommen wir wahrscheinlich bald wieder hierher, schätze ich mal. So, dann da waren wir schon drin. Dann gehen wir mal die Straße hier noch lang und vertreiben uns diese zwei Stunden bis zur Mitternacht. Ah ja, guck mal, da ist doch die Weindings und der haben wir ja schon gehört. Wen haben wir denn da? Ernesto. Ja, vielen Dank. Viele Gespräche, wie gesagt, hatten wir schon mal, aber na gut, wir gehen einfach mal nochmal mit den allen durch. Schadet ja nicht. So, erzähl was über diesen Schwein. So, erzähl was über diesen Schwein. Das heißt, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben uns noch mal mit den anderen. daran. So, mit dir haben wir nämlich auch noch nicht geredet. Nein. Okay, der scheint keinen Namen zu haben. Er nennt jedenfalls keinen. Okay, aber hat dich schon mal geredet? Oh, Moment, das ist einfach nur ein Ranger. Bist du auch nur ein Ranger? Wahrscheinlich, oder? Äh, ne, das ist, äh, ein Nasto. Ich dachte, das wäre hier ein Nasto. Ranger, Ranger, okay. Sind das jetzt irgendwelche anderen Ranger, mit denen wir reden können? Nein. Die sehen alles so gleich aus. Okay. Was ist mit dir? Du bist wahrscheinlich auch noch ein ganz normaler Ranger? Ja. Ich hätte eigentlich gehofft gehabt, dass wir ja hier noch jemanden finden wegen dem Wein. Oder dass wir da ein bisschen mehr rauskriegen. Ja, wie schon. Wegen dem Gegenstand, der uns jetzt noch fehlt, oder auch nicht fehlt. Der kennt man so schlecht. Mhm. Okay. Und Schlüssel haben wir wahrscheinlich auch nicht. Nee. So viel dazu. Wahrscheinlich ist es der Schlüssel, aber das sollte man vielleicht jetzt nicht machen. Naja, gut. Gut. Äh, wahrscheinlich braucht man gar nicht mit denen zu reden, groß. Das wird ja wieder selber. Es sind wahrscheinlich alles genau dieselben. Naja, gut. Dann... Sind wir, glaube ich, sogar schon fertig, oder wo führt die Straße hin? Nee, da ist auch nochmal ein Haus. Ach nee, das gehört noch zu dem hier. Nee, das sieht aus, als ob wir jetzt fertig wären. Und uns fehlen doch noch einige Leute hier. Naja, gut. Dann, äh, geht's auch, denke ich, bald los mit dem Dings. Mit der Seance. Und dann schauen wir vielleicht am nächsten Tag mal, dass wir noch ein paar andere Leute finden. Mit Kane können wir vielleicht nochmal reden. Und ich denke, äh, wir werden einige Leute verpasst haben, weil, naja, weil ziemlich viele Leute schlafen. Und die hier sind so spät noch, ziemlich unterwegs. Naja, gut. Dann lasst uns mal einfach mal zurückgehen, dass wir rechtzeitig bei der Seance sind. Da bin ich ja eh mal gespannt, was uns da erwartet. Passt ja ganz gut, dass wir jetzt dazu von der Zeit her, ähm, ja, dass es jetzt Nacht ist. Dann können wir am nächsten Tag dann weitermachen. Wie viel haben wir? Äh, noch eine Stunde noch. Ich glaube, da könnten wir auch die eine Stunde noch schlafen. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt so, dass wir, ähm, erst mal die Folge beenden. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.